Hallo und herzlich willkommen. Es freut mich, dass Sie sich für unsere Projektzeiterfassung ExpertTimer interessieren. Wir haben eine Serie von Videos erstellt, um Ihnen den Einstieg in die Software zu erleichtern. Beim Start des ExpertTimer öffnet sich der Projektmanager. Dies ist die Schaltzentrale. Von hier gelangen Sie zu allen wichtigen Funktionen. Der Projektmanager teilt sich in drei Bereiche. Die Projektliste, die Zeitstempelliste und die Aufgabenliste. Fokussieren wir uns als erstes auf die Projektliste. Dazu blende ich die beiden anderen Bereiche aus. Ich nehme an, Sie möchten zu bestimmten Projekten oder Aufträgen Ihre Zeiten erfassen. Das könnte zum Beispiel bei der Abrechnung der Aufträge an Ihre Endkunden unterstützen oder Sie haben zum Beispiel einen Auftrag mit einem Pauschalbetrag angenommen und möchten über die Zeiterfassung eine Nachkalkulation erstellen, um Ihren Gewinn aus dem Auftrag zu kalkulieren. In großen Unternehmen muss meist die Zeit auf bestimmte Kostenstellen gebucht werden, damit zum Ende des Monats die Arbeit von Projektteams ausgewertet werden kann. Im Projektmanager sehen Sie die Liste Ihrer Projekte. Wir verwenden das Wort Projekt, aber bei Ihnen könnte dies auch Aufträge, Mandate oder Tätigkeiten sein. Ein Projekt kann, muss aber nicht zwingend einem Kunden zugeordnet sein. Der Kunde ist in Fettdruck in blau und mit einem kleinen Mensch-Symbol gekennzeichnet. Unter dem Kunden befinden sich die zugeordneten sogenannten Hauptprojekte. Ein Kunde kann mehrere Hauptprojekte beinhalten. Die Hauptprojekte haben bei Bedarf wiederum Unterprojekte. Eine weitere Hierarchieebene gibt es bei den Projekten nicht. Wenn wir jetzt noch die Unterprojekte aufklappen, sehen wir, welche Mitarbeiter zu diesem Projekt zugeordnet sind und wie viel Zeit Sie bereits auf ein Projekt erfasst haben. Im Projektmanager sehen Sie neben dem Projektnamen noch weitere Spalten mit Projekteigenschaften. Diese Spalten können Sie per Rechtsklick auf die Spaltenüberschrift bei Bedarf ein- und ausblenden. Ich erkläre kurz die im Moment sichtbaren Spalten. Sie können jedem Projekt eine Projektnummer hinterlegen, nach der Sie später Ihre Liste filtern können. Per Rechtsklick in die jeweilige Spalte können Sie direkt Änderungen eingeben. Beim Projektstatus liefert Experthema acht Status mit. Weitere fünf Status können Sie frei nach Ihrem Bedarf vergeben. Setzen Sie den Status, um Ihre Kollegen hinzuweisen, dass ein Projekt zum Beispiel abgeschlossen oder zur Abrechnung bereit steht. Der Zeitverbrauch kalkuliert sich automatisch auf Basis Ihrer eingegebenen Zeitschätzung für das Projekt im Verhältnis zur bereits benötigten Zeit im Team. Die Spalte Zeit benötigt im Team stellt sicher, dass alle Mitarbeiter die Gesamtzeit des Projekts sehen, auch wenn Sie nicht das hinterlegte Mitarbeiterrecht haben, die erfassten Zeiten der Kollegen einzusehen. Nur so können Sie sicherstellen, dass alle Kollegen über die geplante geschätzte Zeit und die bereits erfasste Gesamtzeit informiert sind und sich danach richten können. Die verbleibende Zeit berechnet sich aus der geschätzten Minus der Gesamtzeit. Wurde die geschätzte Zeit in einem Projekt überzogen, wird die Zeit mit einem orangenen Hintergrund markiert und die geschätzte sowie die verbleibende Zeit in rot dargestellt. Die Summe der Zeiten der Unterprojekte ergibt die Summe des Hauptprojekts. Die Summe beim Kunden ist wiederum die Summe aus allen Hauptprojekten unterhalb des Kunden. Die kleinen Grafiken vor dem Projektnamen sind sogenannte Projekttypen. Damit können Sie Projekte quasi kategorisieren und gesammelt auswerten. Sie möchten zum Beispiel wissen, wie viel Zeit Sie im Jahr kundenübergreifend und projektübergreifend auf den Projekttyp Fahrzeug gebucht haben. Um diese Informationen zu erhalten, können Sie in der Auswertung des Expert Timer explizit nach diesem einen Projekttyp filtern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in den Expert Timer vermitteln.